Komm schon auf den Highway drauf Bruder Und tschüss Ja guck mal bis hierhin hat das schon mal gut funktioniert Oh Bruder Verkehr Ey warum Hey was macht ihr denn Alter Ey was soll das Scheiße Ja das Ding kommt schon ich bin jetzt drin Nexos Run Haut 10 Euro raus Zockst du auf PC wenn ja lass mal ein Rennen machen Ich zock leider nicht auf dem PC Deswegen auch das Logo hier weißt du Einmal lieber den Chat für den Kollegen bitte Nexos Run haut nochmal ein Sub raus Twitch Prime ist so geil Er haut eine Donation raus und ein Sub Alles klar Äh Lennart Also wenn du Amazon Prime hast Und du verbindest das mit Twitch Hast du Twitch Prime Und damit kannst du Einmal im Monat Irgendeinen Streamer gratis Subscriben Äh da musst du halt aber auch Bei Twitch Prime ist das so Da musst du immer dran denken Dass wenn das abgelaufen ist Dass du das nochmal machst Weil das ist jetzt nicht immer automatisch Ne Dann musst du das jeden Monat machen Aktiv Das reicht nicht Äh Jetzt lässt du erst ein Follow da der Typ Komische Reihenfolge Erst Erst eine Donation Dann ein Sub Und dann erst ein Follow Okay Ah der Anfang ist schon mal gut Der Anfang ist schon mal gut Nice Ja sauber Ich muss noch diese Fruchtbude jetzt sehen Ja sauber Jetzt hier links Sauber Ja die Wand fängt mich auch Sauber Jetzt wird's dunkel alter Verpässt dich mit dunkel Was hab ich denn mit dem Stein hier heute Ich erwisch den Stein die ganze Zeit Komm schon fahr gerade Bitte Bitte fahr einfach gerade So Wie willst du denn hier nicht ein Auto rammen alter Guck dir das mal an Das ist total unfair Guck mal Gegenverkehr ist auch frei Nein Nein Warte Ja der Boden sieht sehr komisch aus Gerade Hört man dezent schlecht Ey 10.000 Meter Geil Weiter geht's Junge Es geht noch weiter Bruder 11.000 Ja hier kann ich nicht Scheiße hier komme ich mit dem Ding nicht weiter Ey das Ding kommt überhaupt nicht Schnell guck mal jetzt kommt der erst Alter ich hätte noch viel weiter fahren können Scheiße Aber da müsste es schon mal ordentlich Punkte geben oder Alter 150.000 ist gut Aber der Egoister schafft Der schafft die 510 Oder was der fährt Schafft der locker Boah lol So hier bin ich nur gerade Weil der irgendwie scheiße gefahren hat Da muss ich irgendwie So Und wir müssen uns gleich Ich muss das Ego jetzt erstmal gleich wieder voll werden lassen Damit der überhaupt irgendwie 500 kommt Das muss erstmal voll werden Ja wenn der einmal 500 hat dann bleibt der da auch Jetzt die spawnen die ganzen Autos wieder oder was Soll Guck da ist ein Auto weg Da ist der Bug wieder Angeblich haben sie draus gepatcht Aber nö ist immer noch da Guck ich mal kurz einfach drauf Ja siehst du Reisegeschwindigkeit 500 haben wir erreicht Und jetzt kann ich immer wieder auf 500 drücken Kurve Die Kurve Ich vergesse die Kurve hier immer Alter Ich gehe mal kurz nach Ich schreibe Ich gehe mal kurz nach Ich bin so Ich gehe mal kurz nach So, jetzt muss ich die Nitro-Beziehung abwarten. Also die 20.000 müssen wir schaffen eigentlich. Da, 20.000. Haha, geil. Nice, 21.000. Hey, geil, Mann. Oh, komm, jetzt kein Unfall. Ah, die Zone kommt langsam. 23.000. Ah! Scheiße. Digga. Junge. Das ist krank. Heftig. Also damit bin ich mehr als zufrieden, würde ich mal sagen. Einfach 23.000 Meter. Einfach 23.000 Meter. Digga. Was ist das? Ja. Nein. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017